und versuchen, sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Bitte, einfach nur untersuchen und verbinden. Zu müde zum Stänkern. Okay. Sie haben verdammt viel Glück, wissen Sie das? In diesem Zustand könnten die meisten Leute nicht mehr stehen und schon gar nicht hierher laufen. Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem Haus gemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Ja. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Okay. Etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung. Eine klitzekleine Mutation. Die scheint aber harmlos zu sein. Mutation. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinander gebracht habe. Wie ein Kätzchen, ein Wollknäuel. Majors Experimentat hatte eine unerwartete Nebenwirkung. Ihre verknüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Nett. Ja, dann, ähm, das mit den Landminen. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Keine Sorge. Da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Gut, ähm, schauen wir mal ins Angebot. Hät immer noch keine anderen Waffen. Also. Dann. Speichere ich mal ab, oder mache ich noch weiter? Wo müssen wir hin? Wo ist mein Field? Graded. Aufgaben. Mein Field. Weltkarte. Okay, das ist mir noch zu weit weg. Wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ciao, ciao.